Musik Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur heutigen Presserunde. Natürlich auch unseren Cheftrainer Ralf Santelli. Und ja Ralf, wie schaut's personell aus vor dem Spiel in Niedersachsen? Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Es hat bis gestern, bis heute relativ entspannt ausgesehen. Wir waren mit 25 Spielern im Training. Dann gab's gestern einen kleinen Sturz von Ryan Adigo. Scheint das Steißbein geprellt zu sein. Der hat heute individuell trainiert. Helge hat sich ein bisschen an eine Hüftprellung zugezogen. Da haben wir heute einfach auch mal aufgepasst und haben ihn rausgenommen. Da werden wir morgen auch entscheiden, inwieweit das Sinn macht. Oder wie schnell sich das Ganze regeneriert. Dann haben wir den Pipo, der heute das Training abgebrochen hat wegen der Achillessehne. Zum Prinzip sind wir von den 25, wo wir gestartet sind. Diese Woche sind wir jetzt mit 22 zum heutigen Tag in dem Finish. Morgen werden die 18 Feldspieler plus zwei Torhüter nominiert, die mit nach Braunschweig fahren. Langzeitverletzte sind bekannt. Danke dir Ralf. Dann übergebe ich das Wort an euch. Wer mag den Anfang machen? Felix Mock von der Mainpost. Hallo zusammen. Hallo Herr Santelli. Hallo. Das Urteil ist gefallen. Sie sind in Braunschweig gesperrt. Gab es da noch mal eine genauere Begründung oder eine Erklärung, die Sie bekommen haben? Es gab eine Stellungnahme vom Schiedsrichter, wie er es wahrgenommen hat. Die Sie für sich behalten? Nein, das ist eine Stellungnahme, die er gemacht hat, die ans Sportgericht geht. Und ich glaube, das ist einfach was, wo ein juristischer Weg ist und deswegen steht es da drin. Und wenn das für die Allgemeinheit wäre, hättet ihr vielleicht auch Infos bekommen. Das ist wie bei einem ganz normalen Prozedere. Also das ist ein Spiel. Ein Spiel ist das Mindestmaß, weil er die Karte gezückt hat. Letztendlich ist es eigentlich keine Verurteilung, aber es ist eine Regel. Deswegen sitze ich auf der Tribüne und schaue von oben zu und auch da kann man sehr viel erkennen in der taktischen Ausrichtung. In Illertissen gab es ja, wenn auch aus anderen Gründen, einen ähnlichen Fall. Da konnten Sie nicht dabei sein. Jetzt auf der Tribüne, wie wird das den Ablauf verändern? Wir haben die Situation so, dass ich ganz normal mit zum Spiel fahre, dass ich im Hotel bin, dass ich bis 30 Minuten vor dem Spiel bei der Mannschaft sein darf und sein werde. Mit Philipp Eckert ist alles ganz eng abgestimmt. Das heißt letztendlich so die letzten Minuten, er macht immer das Warm-up, ist draußen mit Philipp Kunz und mit Marco Langner. Und ich werde dann irgendwann auf die Tribüne gebeten, so gehe ich mal vom Prozedere aus. Für mich ist es auch neu, die Situation. Und werde dann von oben zuschauen und darf dann, was ich weiß, erst eine halbe Stunde später wieder dazukommen. Von dem her bin ich sehr, sehr viel näher dran und auch länger dran. Vielleicht ist es dann insgesamt einfach für uns vom Trainerteam einfacher, vom Handling. Gibt es schon Überlegungen, wie auch in Illertissen mit der Mannschaft in Kontakt zu treten? Sei es über Videoschalte, über... Ist meines Wissens nicht erlaubt. Also wir werden sicherlich beobachtet, gehe ich mal davon aus. Also ich werde mein Telefon ganz bewusst auch in der Hosentasche lassen, selbst wenn privat irgendwas reinkommen sollte oder von einem Kollegen, der nicht dran denkt, dass wir ein Spiel haben. Und ich gehe ran, dann muss ich mich hinterher wahrscheinlich wieder erklären. Warum bist du ans Telefon, warum hast du drauf geschaut? Das ist ja heutzutage leider sogar so, du schaust auf die Uhrzeit. Ich erwische mich auch teilweise beim Training, dass ich auf die Uhrzeit schaue, weil ich eine Stoppuhr drauf habe. Und letztendlich ist es vielleicht in der Außendarstellung, da heißt es, der schaut auf die Uhr. Oder man weiß nicht, dass er auf die Uhr schaut, der schaut auf das Handy. Und ja, das ist eine Generation oder eine Zeit heutzutage, wo das Handy für alles oder das Smartphone, wie es heißt, für alles verwendet wird. Da möchte ich schon sehr transparent damit umgehen. In Braunschweig geht es mit Michael Schiele gegen einen alten Bekannten. Ist das gewissermaßen vielleicht ein Vorteil, weil man sowieso ab und zu mal genauer hinguckt, was da passiert. Ist das ein Gegner wie jeder andere in der Liga? Und generell, wie würden Sie Braunschweig einschätzen? Also ich kenne den Michael Schiele schon seit über 20 Jahren. Ich war damals Assistenztrainer beim SSV Ulm. Michael Schiele war Spieler. Er war dann lang beim VfR Ahlen auch Co-Trainer. Ich war Co-Trainer in verschiedenen Mannschaften. Wir haben uns immer begegnet. Wir haben uns hier wieder kennengelernt oder wieder getroffen, haben uns ausgetauscht. Ich glaube, das ist im Fußball so, dass die Wege kreuzen sich hin und wieder. Wir haben seither auch keinen Kontakt. Das hat sich einfach nicht ergeben. Und von dem her wird es ein Spiel sein, wie jedes andere auch. Auch Braunschweig ist auf Tuchfühlung vorne dran. Die brauchen ganz dringend diese Punkte. Und dementsprechend, glaube ich, ist Braunschweig am Zug in einem Heimspiel. Vielleicht nochmal kurz die Nachfrage, was speziell Braunschweig stark macht? Ja, ich glaube, Braunschweig hat einfach gezeigt, dass er über eine mannschaftliche Geschlossenheit sehr gut arbeitet. Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Braunschweig einen sehr, sehr breiten, stabilen, breiten Kader hat. Und das ist in der Tat so, dass er immer wieder zwei, drei, vier Spieler wechseln kann oder könnte. Und verliert aber keine Qualität auf dem Platz. Er hat ein klares System. Er hat zwei Systeme, die er spielt. Da fühlt er sich wohl. Die Systeme hat er bei uns auch gespielt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Erfolg. Er hat eine sehr hohe individuelle Qualität und in der Mannschaft drin und arbeitet gegen den Ball sehr gut. Das ist aber auch seine Art, als Trainer zu arbeiten. Und ich denke, von dem her wissen wir da schon relativ gut, was auf uns zukommt. In Braunschweig wird David Kopacz gesperrt fehlen. Ja. Gibt es da schon konkrete Überlegungen, wie man ihn ersetzt? Nee, konkret nicht. Wie gesagt, wir haben 18 Feldspieler. Wir haben natürlich die verschiedenen Varianten mal durchgespielt, heute auch im Training. Man kann sicherlich über Stefaniak nachdenken, der über die Seite kommt. Man kann über Hausjell nachdenken. Man kann über Mo Heinrich nachdenken. Also da haben wir schon Optionen, wo wir machen können oder könnten. Und ganz abwegig wäre ja auch nicht, dass man Marvin Pouret über rechts kommen lässt. Der hat ja auch schon auf der Seite gespielt. Also das sind Dinge, wo wir im Hinterkopf haben, wo wir einfach morgen nochmal reifen lassen. Und ich glaube auch, es sind so 10% Bauchentscheidungen bei jedem Trainer. Dass du dann irgendwann am Freitag eine Idee hast oder Freitagabend nochmal ein Gespräch hast, ein Einzelgespräch. Oder ein bisschen die erste mannschaftstaktische Ausrichtung festlegst nach dem Abendessen. Und da dein Gefühl entwickelst und dann zu einem oder zu dem anderen tendierst. Am letzten Wochenende hat Lars Dietz sein Comeback gegeben nach schwerer Verletzung oder langwieriger Verletzung. Hat es auch zumindest aus meiner Sicht jetzt sehr gut gemacht. Ist das gewissermaßen ein neues Problem? Davor war ja die Innenverteidigung mit Kraulich und Strudig eigentlich auch recht stabil. Jetzt kommt ein neuer rein. Wirbelt es da was durcheinander? Oder wie verändert das die ganze Situation? Naja, es ist, ich nenne es mal ein Luxusproblem. Es ist eine wahnsinnige Qualität, die wir haben. Wir haben ja auch im Moment mit Luis Bräunig jemand, der immer wieder, wenn er reinkommt, auch sehr, sehr gut spielt. Wir haben natürlich mit Peter Kurzweg jemand, der eine unheimliche Mentalität hat. Wir haben mit Krauli wieder jemand, der zurückkommt. Wir haben mit Leon Schneider jemand, der rechts hinten zurückkommt. Perte hat es rechts auch gut gemacht, vielleicht in einer anderen Ausrichtung offensiv. Also da haben wir schon die Qual der Wahl. Da bin ich schon auch im Gedankengut und im Austausch mit meinen Co-Trainern. Letztendlich sind es aber alles gestandene Profis. Und jeder weiß, dass hinten vier Plätze und fast sieben Anwärter letztendlich für die vier Positionen, dass es drei treffen wird. Das werden aber aus meiner Sicht alle dabei sein, im Kader sein von denen, weil wir dadurch größere Optionen haben zum Wechseln. Jetzt gab es am vergangenen Wochenende keine Punkte. Die Konkurrenz hat gepunktet. Der Abstand ist gewachsen. Jetzt sind Sie, Herr Santelli, ein Trainer, der auch über die Emotionen kommt. Wie schwierig ist es in so einer Situation, die Jungs können ja auch die Tabelle lesen, den Glauben an den möglichen Klassenerhalt noch am Leben zu halten? Der Glaube ist da. Wir wollen immer wohl wissen, dass wir vielleicht auch einen letzten Strohhalm haben. Braunschweig muss punkten. Wir sind eh schon abgeschrieben. Wir sind, wenn man ganz ehrlich sein darf, nicht nur mit Verlaub von der Presse auch schon lange abgeschrieben. Wir sind von manchen Trainerkollegen schon abgeschrieben. Vielleicht gibt es auch Spieler, die uns schon abgeschrieben haben. Es war eine Mammutaufgabe in den letzten Wochen. Wir haben die ersten sechs Spiele mit vier Siegen, glaube ich, auch wirklich gut performt. Insgesamt auch drei Liga-Siege gehabt. Mehr wie die acht Monate vorher. Wir haben uns gefunden. Dann kam sicherlich das Pokalspiel, das uns so ein bisschen außer Tritt gebracht hat. Seither ist es so, dass man selbst gegen Viktoria Köln oder jetzt auch gegen Kaiserslautern für meinen Geschmack dagegen gehalten hat. Keine Punkte geholt hat, absolut. Aber auch Spiele gemacht hat, wie vorher relativ selten. Es sehr knapp ausgegangen ist. Ich persönlich hadere eher noch mit der Kölner Situation, mit der Kölner Niederlage. Wenn man sieht, ein Tor aberkannt und ein Tor bekommen. Da wäre vielleicht der Spirit anders gewesen. Fakt ist natürlich jetzt, dass du aus den verbleibenden fünf Spielen vierer gewinnen musst. Und wenn du am Wochenende dann nicht punkten kannst, nicht dreifach punkten kannst, dann entscheidet sich es. Ich glaube, am Wochenende wird es sich von den anderen Paarungen her noch nicht drastisch entscheiden. Mathematisch, aber klar, vielleicht legt es dann auch die Lockerheit an den Tag, die uns auch teilweise fehlt. Das befreite Aufspielen, weil es dann augenscheinlich rum ist. Auch das haben wir schon erlebt im Fußball. Aber Fakt ist, dass wir eine Mammutaufgabe vor uns haben, vier Spiele zu gewinnen bei fünf, wenn du jetzt insgesamt so eine Serie hast. Also ich glaube, das wissen alle. Beim Tor von Salio Sané, das hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Jungs ja kicken können. Und das ist auch durchaus ansehnlich. Wenn Sie jetzt mal in die Mannschaft reinhorchen, wie groß ist Ihre Zuversicht, dass das, was theoretisch noch möglich ist, auch mental von den Jungs bewältigt werden kann? Die Szene, die zum Anschlusstor führt, ist im Prinzip inhaltlich das, was wir ja auch viel trainieren. Also wir trainieren diese kleinen, engen Spielfelder. Wir trainieren dieses 1-2-Kontaktspiel auch vertikal nach vorne. Jetzt konnte man es wirklich mal umsetzen. Wir haben, so sehe ich zumindest als Trainer auch meine Aufgabe, immer wieder diese Ausschnitte, sage ich mal, auf dem Spielfeld selber, um uns durchzukombinieren oder um dann eben in Wechsel vorzunehmen, aus einer Gegenpressing-Situation rauszukommen. Da hat es halt funktioniert, weil du direkt zentral vorm Tor warst, weil du dann direkt einen Anschlusstreffer gemacht hast. Also von dem her, die Jungs können viele Dinge umsetzen. Wir haben, glaube ich, vor ganz langer Zeit mal darüber gesprochen, dass natürlich auch eine gewisse mentale Belastung da ist durch die Gesamtsituation und durch den Tabellenstand und durch das, was hier alles insgesamt passiert ist. Und vielleicht kann man sich da ein bisschen davon befreien, indem, ja, Fakt ist, ich glaube, immer bei jedem Leistungssportler die ersten 10-15 Minuten musst du reinkommen, musst du die Zweikämpfe gewinnen, musst du ein Laufduell gewinnen, musst du einen Kopfball gewinnen. Also für dich ein positives Attribut finden, das dich auszeichnet, das du umsetzen kannst und dann kannst du durchaus in den Flow kommen. Dankeschön. Danke. Danke dir, Felix. Weitere Fragen aus der Runde? Steffen Krapf, Lokalheld. Hallo in der Runde. Hallo Herr Santelli. Sie haben es hier und da ein bisschen angeschnitten. Vielleicht nochmal so im Insgesamten, wie wollen Sie das Spiel angehen? Ich denke unterm Strich, Braunschweig braucht die Punkte, wenn ich falsch verstehen, aber mehr als wir. Natürlich wollen wir punkten dort, wir wollen ein Punkt, vielleicht auch drei Punkte, aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dass wir dort ganz, ganz hoch pressen, dass wir ganz früh pressen, dass wir im Gegensatz, wie wir es in Kaiserslautern versucht haben, sehr, sehr aggressiv drauf gehen. Ich denke, dass wir unsere Spielweise ähnlich machen werden wie die Spiele davor, wo wir auch erfolgreich gepunktet haben, dass wir uns überlegen, wie hoch tatsächlich wir stehen, was wir zulassen, um dann eben in eine Bereitschaft zu kommen, um dort dann anzusprinten und auch Bälle zu erobern. Die Kollegen schrieben anfangs der Woche, dass die Mannschaft ein massives Mentalitätsproblem hätte aus ihrer Sicht. Wie beurteilen Sie sowas oder wie sehen Sie die Mannschaft in der Hinsicht? Ja, das ist, ich weiß nicht, welche Ausbildung die Kollegen haben, ob das alles Mentalitätstrainer sind oder Mentaltrainer oder Psychologen. Es ist immer einfach zu sagen, der eine hat Mentalität, der andere hat keine Mentalität. Es gibt Situationen bei uns im Leben, da hast du eine Situation, wo du dann den Kopf hängen lässt und schon wird die nonverbale Sprache angesprochen und sagt, der lässt die Schultern hängen, der lässt den Kopf hängen, der hat keine Mentalität. Fakt ist, dass wir einfach viele Nackenschläge haben, aber auf der anderen Seite sieht man auch immer wieder, dass wir uns befreien in vielen Situationen. Natürlich sprechen wir hier von der Situation, wenn wir über 90 Minuten viele Dinge besser gelöst hätten in der Vergangenheit, in den anderen Spielen, dann würde ich auch nicht hier sitzen. Dann hätten das meine Kollegen vorher auch schon besser lösen können und dann wäre die Situation ein anderes. Mentalitätsproblem ist immer so ein weiterer Begriff. Ich glaube insgesamt, dass jeder, der Leistungssport machen möchte, gewinnen möchte und jeder halt auch leider damit anders umgeht oder es anders zeigt und von dem her ist es eine schwierige Situation. Zur Ausgangslage noch kurz. Durch Türgüttrich ist es ja ein bisschen verzerrt, also Berlin hat ja ein Spiel mehr. Muss man das jetzt der Mannschaft auch nochmal ein bisschen näher bringen, dass man den Kontext versteht? Also dass es jetzt nicht zwangsläufig zehn Punkte jetzt gerade sind? Nö, das habe ich auch jetzt nicht getan. Das ist, wir haben auch die letzten Male, zumindest das Trainerteam, nicht aktiv auf die Tabelle hingewiesen oder auf den Abstand, sondern in der Tat wirklich zu sagen, wie wollen wir diese Woche trainingstechnisch, trainingsinhaltlich gestalten und wie können wir am Wochenende das Spiel angehen. Und genauso, glaube ich, sollten wir auch weiterverfahren, dass die Jungs natürlich drauf schauen und dass sie WhatsApp kriegen oder Telefon, es klingelt oder auch der Berater im Hintergrund schon Ideen hat, wo es denn hingehen könnte nach dieser Saison, weil ja jeder schon weiß, wie es ausgeht. Ja, alles eine ganz schwierige Situation, mit dem Strich, aber nicht von unserer Seite aktiv zu kommentieren. Ja, Dankeschön und viel Erfolg. Danke dir, Steffen. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, danke ich euch recht herzlich für euer Kommen. Ralf dir natürlich für deine Antworten und wünsche allen, hoffentlich mit drei Punkten im Nest, ein fröhes Osterfest. Dankeschön. Dankeschön.